so da sind wir auch schon wieder hallöchen ihr lieben und willkommen zurück zu minecraft haben wir denn überhaupt platz ja wir haben platz tada ein kürbis müsste reichen oder ein kürbis ja gleich vier kürbis kerne den glatten sandstein kann man weg hauen den brauchen wir jetzt nicht ich bräuchte kühe ich hoffe ich verlaufe mich jetzt nicht aber ich hätte gerne wirklich kühe aber hier gibt es gar keine kühe schade eigentlich so eine kleine reise nach einer reise oder wie aber doch wir wollen halt ausschau halten und ja auch ein bisschen kartografien ist halt nicht zwingend häschen die häschen sehen auch voll gar nicht creepy aus mein gott voll die roten augen ja nimm es ist das sind albino häschen noch nie was davon gehört du bauer ja doch aber nicht so creepy aussehen auch und dahinten alter wie cool sieht das denn bitte aus das ungeladene chance kann das ich will eigentlich gar nicht aber ich bin neugierig deswegen werde ich noch ein bisschen weiter nach vorne ich weiß ich sollte nicht aber ich kann nicht anders ich wollte komm mal einen suppentopf nein so kein suppentopf fleisch für den braten draus oha alter guckt euch das an alter ist das ist das majestätisch ist doch richtig majestätisch oder und ich gucke trotzdem ich hatte mal ein bisschen ausschau aber ich glaube kühe da werden wir hier nicht fündig deswegen würde ich sagen kühe sind jetzt nicht so zwingend dringend notwendig also gehen wir mal wieder nach hause gucken ob wir uns im weg zum portal bauen ich glaube ich bin relativ sicher was der weg nach hause anbelangt was den weg nach hause anbelangt ich bin noch nicht sicher bezüglich meiner aussprache ma es ist voll schön ein eisbär hier guck mal ein eisbärchen oh shit eisbärchen hallo moment ihr seid doch lieb oder eisbär bist du lieb du bist lieb oder ja ich gehe mal weg eisbären sind ja von von natur aus immer lieb genau jetzt bin ich jetzt da wieder hier beim dörfchen dann wollte ich mal kurz gucken ob es da vielleicht nicht doch irgendwo karotten oder so gibt damit ich die schweinchen hier mal aber hier wurde ja auch nichts gepflanzt ne ich habe die schon alles ausgeräumt ich weiß da will ich jetzt nicht noch mal durchgehen ihr habt mich trotzdem noch gerne oder ja ein kätzchen die mit die tür vor den naßen zugeknallt freust du dich mich zu sehen tatsächlich ein buch und ich kriege dann für zaubertes buch beziehungsweise den könnte ich gebrauchen doch wenn ich jetzt hier ein dann habe ich nur die bücher obwohl bücher allein ist auch gut wird euch das stören wenn ich jetzt die bücher mitnehmen dann könnte ich mir nämlich zu hause auch ein schönes regal bauen ja finde ich ja lieb von euch dass sie so tolerant mir gegenüber seit so spendabel ach ist das schön danke man ja ist halt die besten ja klar da ist nur los da hinten hier sind noch zwei spitzhacke so und was können wir dafür weghauen den glatten sandstein denke ich mal ja geht mal weg das sind hier wertvolle ihr wisst das noch gar nicht mehr das sind überall diese lampen ja wenn plünderer kommen habt ihr jetzt pech obwohl ich weiß nicht ob die plünderer abgehalten werden beziehungsweise angelockt werden wenn es dunkel ist weiß ich gar nicht doch die ticken anders oder also da habe ich jede menge gold gespart reisen entschuldigung ich weiß ihr mögt das jetzt nicht guck mal habe ich hier doch noch nicht alles entdeckt bei euch jetzt seid doch nicht so seid ihr meine freunde ja ihr seid meine freunde ihr seid meine homies ne gibt es da unten noch irgendwas ja gibt es noch voll alter ich habe nicht ansatzweise alles hier ausgeräubert und der ja dörfer sind zum ausräubern da tut mir leid aber das ist altes minecraft gesetz also damals auf jeden fall war es so dörfer müssen ausgeräubert werden es ist verboten ein dorf nicht ausräubern das stimmt doch gar nicht doch schöne lampe ist das gemein aber ich helfe denen ja nur ja weil er sehr sehr hier ein schweinchen das lasse ich ja auch noch da hatte wie weit erstreckt sich bitte das dorf voll auf räuber zogner dass man alter homie scheint dass man den nicht sehen kann ach was ist das hier kartoffeln schade will ich nicht aber das hier will ich ich hätte mich jetzt so über karotten gefreut aber liebe leute da ist aber nachholbedarf das müsste aber nächstes mal so wenn es jetzt hier dunkel wird könnte ich hier sogar übernachten haben wir hier drin was hier habe ich auch schon ausgeräubert ist ja langweilig so hallo hier ist nichts enttäuschend enttäuschend okay ich glaube jetzt sind wir beim ende oder am ende des dorfes angekommen hallo alles klar minecraft gehen nach hause du bist betrunken was los wann geht ihr denn wie dunkel habt ihr angst ihr braucht keine angst haben ich bin noch bei euch ist das kein trost für euch pass mal auf ich hoffe das ok stimmt nicht so er ist mir egal ich brauche ein bett so gibt mal her ihr könnt ja behalten ich das ist ja hier wieder ist wenn der mich jetzt haut und aus dem bett raustritt ich glaube der ist sauer oder guck mal mein freund hier hier guck mal hast ein bettchen ich tue es ja wieder zurück hier bitteschön dann nehme ich aber auch dafür meinen sand wieder alles klar gut und jetzt gehen wir nach hause wie viel haben wir jetzt hiervon eingesammelt 20 laternen alter 180 gold klümpchen die wir jetzt gespart haben 180 gold klümpchen boah ach gold eisen klümpchen mehr kulper mein fehler was ist das denn hier alter quatsch nicht ach du schande ist das euer ernst ist das euer ernst ist ein bisschen so ein noch leicht angeseuerter dorfbewohner mich runter schubsen das ist für mich jetzt nicht geil alter ich bin hier wirklich eine on the edge alter ist schon ziemlich gefährlich okay so wir haben jetzt eine zeit da ich habe 1 2 3 ist klar hoch ich wollte mal gucken ob ich screenshots für meine sand nests gespeichert habe geschossen habe das ist der fall also weiter habe ich gesagt wir wollten heute ok da ist wieder unser biome sehen wir von hier aus jawohl von hier aus sehen wir auch unser domizil wollen wir uns ein bisschen mit thema umgucken wo wir sind und ob seine nähe auch die neuen biome gibt aber ich glaube dass so ein altes biome also alte ja alte alte chance alte gelandet chance da gab es so was glaube ich noch nicht diese neuen biome ja wir haben hier ziemlich viel zu tun ist ja eigentlich fast schon das hat staffel 2 potenzial finde ich also diese der ursprungsgedanke an staffel 2 ich finde dieses darf man jetzt zigeuner da sein irgendwie darf man das sagen ihr wisst was ich meine dieses vagabunden da sein von mir aus auch ja dass man immer so so diese roadtrip dieses roadtrip feeling hat das normal hier ist mal da ist ich finde das gar nicht mal so schlecht und wir haben immer wieder einen weg nach hause über den etat selbstverständlich aber wir haben immer wieder einen weg nach hause wo ist das cool hier hält es voll gut doch ganz erkannt aber hör mal haben wir hier mal so haben wir das haben wir leider nicht können wir mal probieren ob das so wie habe ich das gemacht ach nee das war ja mit so einem ne schon gut schon gut machen wir ein anderer mal alter so haben wir dann ich habe mir so viele geschäfchen kommt er jetzt möchte ich mal wieder ein paar weiße haben ja komm her du habt ihr noch irgendwo ein weißen weißes schäfchen weißen schäfchen sind da hinten ja weiße schäfchen kommt er kommt her du und du oh ja und da hinten seid ihr echt nur braun und du macht mal was ja ein weißes schäfchen hat sich das weiße durchgesetzt auch schön und kürbis machen wir just for fun mal was mit den dingern nö ne noch nicht ist das schön so dann haben wir jetzt ich bin so blöd warum habe ich den sand einfach nur so reingetan ich voll idiot verdammt auch ärgerlich da habe ich aber nicht nachgedacht ne ziegel und aus den ziegeln machen wir war es ganz genau so hier nicht hier kann das alles so bleiben hier würde ich sagen dass man hier auch vielleicht dass man hier vielleicht so so das sind so ein bisschen den anschein hat ja ihr wisst aber was ich meine jetzt habe ich kein granit mehr ist das euer ernst den haben wir hier müssen wir das eben hier machen so oder hier ist noch ein bisschen granit und das hat halt so ihr ahnt was ich meine ne dass sie so ein bisschen was ab ist und so weiter auch doch ist ok ist es vielleicht nicht die aber doch schon ein bisschen so habe ich jetzt hier wieder granit kann ich jetzt hier wieder ein bisschen spielen mit so zack zack und zack so und das mit den warum hier die partikel immer noch nicht darf ich mal was gucken option ressourcen pakete ist das wegen dem wegen ressourcen paketen kann das ich probiere das einfach mal aus warum sehe ich den rauch nicht das ist ein bisschen ärgerlich ne sie dürfen das sechstum paket jetzt laden tada nö aber das sieht auch gut aus hier guck mal hier sieht voll gut aus ich habe das hier noch gar nicht so betrachtet so mit shader und mit dem chroma hills sieht das schnick aus vielleicht hier noch einmal ja das wird so ein bisschen realistischer doch hat so einen realistischen touch ok doch so soll ich hier irgendwie ist die frage wie mache ich das hier haben wir irgendwelche stützstreben soll ich das machen oder reicht das hier sieht das hier schon stabil genug aus eigentlich schon ne so ja doch das könnte okay sein ok ich mache mal die tür zu oh die hunde sehen super aus ne so ihr kommt jetzt mal her und hierfür ich schäme mich so sehr so glas habe ich nicht hier das glas drin egal ich packe jetzt hier einfach mal ich habe zwei scheren auch hier möchte ich wieder weinen das ist unglaublich das brauche ich momentan auch nicht es ist ein bisschen schwer ehrlich gesagt sich hier zu orientieren was ist los mit dir ich habe nichts geh weg du komisch ne so das ist alles nicht so wie geplant ja muss ich mal schlafen gehen kann das was ich finde das okay so was haben wir doch vorhin schon ne ja das ist ein schönes lied ja ich würde sagen in der nächsten folge dann gucken wir uns einmal um wo wir im neta sind und wie weit wir da lang laufen müssten wird wieder ein bisschen ätzend für euch es tut mir echt leid also ohne witz jetzt aber wir müssen ja irgendwie konnektieren ja und dann müssen wir eigentlich im großen ganzen nochmal gucken wo machen wir eigentlich unser tatsächliches staffel 2 jetzt weil wir haben ja angefangen in einem gebiet das aber im nachhinein dann habe ich da geguckt war dann doch nicht so schön ne auch wenn wir jetzt halt Minen hatten und Schächter hatten und Dörfer hatten aber es war zu wenig es war zu viel wasser zu viele berge zu wenig zum bauen zu viel zu wenig schönes ja dann habe ich eine reise gemacht habe ich Dschungel gefunden oder wie ja nicht ich alleine jemand hier mit dabei dann war das mit dem dschungel das war geil und jetzt hier das Keramikbillon das ist auch noch wichtig gewesen aber wir hätten ja schon vorher dieses da wo das schwarzeichenholz wo die schwarzeichenbäume waren da wollten wir eigentlich und jetzt ist natürlich halt die frage wenn wir jetzt schon wieder einen Weg haben vom neta zu unserer Haupt zu unserem Hauptdorf wie es dann da aussieht auf dem Weg dorthin dass wir da mal gucken können na haben wir da mal ein bisschen ihr wisst schon gut ich würde sagen das machen wir in der nächsten Folge dann will ich hier mal ein bisschen will ich hier mal gleich ein bisschen ablegen aber wir haben echte da muss ich gucken was ich hier mitnehmen was ich mit nicht mitnehme das dass ich hier dass ich hier dass ich hier ja das kann man halt schon mal ein bisschen machen obwohl erde ist eigentlich gar nicht mal so dumm wir könnten erde mitnehmen aber wie gesagt wichtig ist auch nicht schneeball kann man schneeball ehrlich ne so rohes schweinefleisch brauchen wir auch nicht ja wir gucken aber das ist wichtig falls das verloren geht dann würde ich mich ärgern sehr ärgern ok liebe leute ich würde sagen da machen wir erst mal schluss dann schaue ich noch mal wie die koordinaten waren von unserem von unserem hauptgebäude ihr wisst schon was ich meine von unserer ersten ich mach mal ein bisschen licht an weil ich habe mit sicherheit irgendwie irgendwo was notiert ich schaue gleich nach ok liebe leute ich würde sagen in diesem sinne alles lieber alles gute wir sehen uns in der nächsten folge machte gut tschüssi